Unbeweglichkeit, Verspannungen, Rückenschmerzen und vieles mehr. All das ist die Folge von Vielsitzerei. Falsch! Nicht das Sitzen per se ist das Problem, sondern die Art und Weise. Okay, da gebe ich dir recht. Um im Sitzen in Zukunft schmerzfrei unbeweglich zu werden, musst du nur diese eine Sache ändern. Und welche das ist, verraten wir dir jetzt. Achtung! Aufgepasst! Es gibt tatsächlich nur einen Grund, warum Sitzen so schädlich für deinen Körper ist. Und der ist folgender. Dein herkömmlicher Stuhl ist ein Bewegungsverhinderer. Er zwingt dich linear und extrem einseitig zu sitzen. Und natürliches und somit gesundes Sitzen, so wie es in deinen Genen liegt, und du es als Kind auf dem Boden deines Kinderzimmers ganz ohne Anleitung gemacht hast, ist darauf absolut unmöglich. Die einfache Lösung, um anstatt deinem Körper zu schaden, im Sitzen schmerzfrei unbeweglich zu werden, ist folgende. Verwende in Zukunft ein Sitzmöbel, das dir Bewegungsfreiheit bietet und somit natürliches multidimensionales Sitzen ermöglicht. Wir zeigen dir jetzt, wie das aussieht, und präsentieren dir unsere Lieblingssitzpositionen. Okay, aber meine sind bestimmt viel besser als deine. Das lassen wir mal die Leute entscheiden. Meine erste Lieblingssitzposition ist der Fersensitz. Und zwar entweder mit dem Paleo-Pillow, ist doch ein bisschen einfacher, oder gerne auch ohne. Da öffne ich mir wunderbar hier die Sprunggelenke, dehne meine Oberschenkel, pflege meine Knie und kann super einfach aufrecht sitzen. Eine meiner Lieblingssitzpositionen ist der 90-90-Sitz. Hier kann ich mir die Hüfte so richtig schön aufmachen, bringe dabei auch die Hüftgelenke in Innen- und Außenrotation. Also ich liebe ja den Grätssitz, lass dabei gerne auch das Paleo-Pillow weg, sitze so richtig schön aufrecht und wenn ich wieder an meiner Hüfte ein bisschen arbeiten möchte, nehme ich ein Bein hoch und kann während des Arbeitens ein bisschen mein Becken vor- und zurückbewegen. Eine weitere meiner Lieblingspositionen ist eine Mischposition aus dem Fersensitz und der tiefen Hocke. Das kannst du natürlich auf beide Seiten machen. Besonders hilfreich ist diese Position, wenn du nachdenklich und schlau aussehen musst. Die nächste Position liebt einfach jeder. Es ist des Menschen natürliche Ruhehaltung. Sie ist super gesund. Es ist die tiefe Hocke und dafür drehe ich mir den Paleo-Chair einmal um. Wenn die Reißverschlussseite oben ist, dort ist der Paleo-Chair etwas fester. Jetzt nehme ich noch den Paleo-Vetch dazu, mache mir so das Leben etwas leichter. Sitzfläche wird angeschrägt, natürlich auch noch das Paleo-Pillow obendrauf. Und jetzt kann ich so richtig schön ausgiebig hocken. Okay, meine nächste Lieblingsposition geht nicht hundertprozentig als Sitzposition durch, aber wenn du länger gesessen bist und mir ein bisschen vorgeneigt bist, dann ist das super, wenn du dich einmal auf den Rücken über das Pillow legen kannst und dir hier einmal den Rücken so richtig schön aufmachen kannst. Aber nicht so lange, sonst gibt es Ärger vom Chef. Und wisst ihr, was ich mache, wenn ich mal ein bisschen faul bin und einen Durchhänger habe, dann schiebe ich mir den Paleo-Chair an die Wand, nehme den Vetsch als Lehne, den Laptop auf den Schoß und dann wird mal so geschafft, wie man dem Schwablelette sagt. Du faule Sau! Du faule, du elende! Für meine nächste Position bringe ich den Schreibtisch in die Stehfunktion. Dann schwinge ich mich einmal hier drüber über mein Paleo-Pferdchen. Aber ich bleibe mit dem Bein nicht so in diesem Reitersitz, was auch ziemlich cool ist, sondern ich nehme die Füße gerne nach hinten oben, um jetzt hier einen richtig schönen Stretch für den Oberschenkel zu bekommen. Im Oberkörper kann ich dann auch super aufrecht bleiben und brav weiterarbeiten. Weil ich ja in frühester Jugend über zehn Jahre massive Rückenschmerzen hatte und nicht möchte, dass sie wiederkommen, liebe ich die folgende Position. Ich überschlage ein Bein übers andere und kann so meine Wirbelsäule in der Rotation mobilisieren. Gehörst du zu denjenigen, die in meinem Sitzen gerne ein Bein mit nach oben nehmen? Das tue ich auch und das Schöne ist, ich habe hier richtig schön viel Platz und Komfort. Zwischendurch mache ich gerne immer mal wieder vor einer Minute eine Übung, zum Beispiel Paleo-Share ein bisschen nach hinten schieben und die Wirbelsäule mal schön in Dehnung und Streckung bringen. So, ein kleines Geheimnis, warum ich so viel besser in der Rumpfbeuge geworden bin, ist, dass ich während der Arbeit immer wieder meine Beinrückseite gedehnt habe. Das habe ich gemacht, indem ich den Chair hochkant stelle, einen einseitigen Langsitz einnehme, das Becken schön nach vorne kippe und dann weiter an meinem Laptop arbeiten kann und mir richtig schön in die Beinrückseite aufmache. Und deswegen liebe ich diese Position mittlerweile. Und ich liebe diese Position hier sehr, weil ich so richtig schön lange meine Hüfte aufdehnen kann und im Training so Zeit für was anderes habe. Ich liebe außerdem auch den Hürdensitz, geklaut aus der Leichtathletik. Vorderes Bein ist ausgestreckt, hinteres Knie ist eingebeugt. Ich mache hier schön weit auf, kippe mein Becken leicht nach hinten und jetzt kann ich mir im Sitzen wunderbar die Hüfte aufmachen. Die Jogis sagen, im Schneidersitz funktioniert das Gehirn am allerbesten. Das kann ich bestätigen und deshalb liebe ich diese Position und sitze darin gerne mit einem etwas flacheren Paleo-Pillow oder sogar ganz ohne das Kissen. Ich liebe außerdem die Barhocker-Funktion unseres Paleo-Chairs, weil sie dazu führt, dass ich meinen höhenverstellbaren Schreibtisch viel öfters in der Stehfunktion nutze. Stellt man den Paleo-Chair Mini hochkant und legt das Paleo-Pillow drauf, hat man einen Sattelstuhl. Liebe ich auch sehr, so zu sitzen, habe so auch die Barhocker-Funktion mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Außerdem liebe ich den Paleo-Chair Mini, weil er so schön handlich ist, weil ich ihn 360 Grad benutzen kann und jede der Grundpositionen auch auf dem Mini einnehmen kann, auch wenn die Spielwiese hier ein bisschen kleiner ist. Okay, einigen wir uns drauf. Alle gezeigten Positionen sind super wertvoll. Da gebe ich dir gerne recht und es gibt ja noch so viele mehr. Also nochmal, um dein Sitzen von ungesund zu gesund zu transformieren, musst du nur diese eine Sache tun. Mach es wie tausende unserer glücklichen Kunden vor dir und hol dir jetzt das einzige Sitzmöbel am Markt, das bewegte Sitzen zulässt. Unserem Paleo-Chair. Ja, und weißt du, was richtig cool ist? Was denn? Dass du dir jetzt an Ostern, also noch heute und morgen, mit dem Rabattcode OSTERN24 feierliche 15% Rabatt sichern kannst. Okay, das ist cool. Im Übrigen auf unser gesamtes Sortiment, also auch auf unsere wunderschöne Paleo-Bar und auf unsere Paleo-Mattress, auf der man so traumhaft gut schläft. Ja, okay, das ist richtig cool. Okay, das war es wieder von uns. Wir freuen uns über dein Feedback anhand der Kommentare, über ein Däumchen nach oben für dieses Video und wünschen dir von Herzen frohe Ostern. Ostern! 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 Vielen Dank.